Die Stamford Bridge ist der Schauplatz unserer Partie, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuss und Frank Buschmann. Wir melden uns am heutigen Tage von einem Division Rivals Spiel. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Werner. Reus. Jetzt Marco Reus. Steilpass kommt von Reus. Timo Werner blockt den Schuss erstmal ab. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Toni Kroos fällt in vielen Spielen ja gar nicht so groß auf, Buschi. Trotzdem, er ist ungemein wichtig für die Mannschaft. Ja, er ordnet das Spiel, ist häufig der, der die Angriffe einleitet. Also ich persönlich würde ihn mir manchmal etwas offensiver wünschen, denn gerade aus der Distanz kann er es doch. Der hat eine unglaubliche Schusstechnik. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Marc-André Tastegen im Tor. Joshua Kimmich spielt mit Nico Schulz in der Verteidigung. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und Marco Reus spielt im Sturm mit Timo Werner. Neves. Er passt ihn auf den Flügel. Fängt diesen Ball ab. Sie holen sich den Ball. Wird das seine Torchance? Verdi. Fast, aber auch nur fast geht er rein. Guter Schuss. Groß. Sané. Werner. Sehr gut aufgepasst. Brian Fraser. Ja, könnte was werden. Da ist die Flanke ins Zentrum. Er kann wohl klären. Reus. Groß. Timo Werner. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Walk Browse. Jean-Philippe Gerramein könnte die Führung werden. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Ganz sicher geklärt. Super Pass. Er muss da zum V greifen. Das könnte rot sein. Ganz klare Entscheidung. Der war letzter Mann. Und so bitter das ist, da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt könnte er flanken. Schwache Aktion. Ballverlust. Ward Browse. Angelino. Brian Fraser. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Jean-Philippe Gerramein. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel auftreten. Die Beste ist gut. Ich kann das Öffentlichen aus verse 29. Untertitelung. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Das sah sehr einstudiert aus, Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Neves. Chatlin. Ja, mit viel Übersicht. Gute Möglichkeit, aber abgefiffen. Die Fahne ist oben. Ter Stegen. Werner. Ballverlust. Ward-Browse. Neves. Verdi. Sehr gute Aktion von Matthäus. Marco Reus verliert den Ball. Schwierig. Er pfeift ab und es gibt abseits. Ob er da recht hatte. Jetzt Marco Reus. Am Ball Marco Reus jetzt. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Ward-Browse. Richa Lison. Neves. Brian Fraser. Verdi. Ballverlust. Hier kommt die Nachspielzeit. Zwei Minuten gibt's. Ward-Browse. Zur Pause steht's 1 zu 0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Werner. Marco Reus, der Ball. Timo Werner. Groß. Sané. Schulz. Jetzt Groß. Sieht gefährlich aus. Timo Werner. Fängt diesen Ball ab. Marco Reus. Der Ausgleich. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und nochmal der gewonnene Zweikampf und das schöne Tor. Und das war vor allem auch technisch ganz stark. Nummer 17. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Sané. Da haben sie jetzt Platz. Timo Werner. Schuss zur Führung. Und Tor. Das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Die haben die Oberhand. Besser geht's nicht. Hier nochmal. Flanke kommt. Exzellent. Er nimmt Maß. Und dieser Volley ist ein Traum. 2-1. Hier ist noch alles drin. Nummer 17. Marco Rolls. Ward-Brouse. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Wieder so ein klasse Pass. Ward-Brouse. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Werner. Timo Werner. Ball zurück zu Sané. Groß. Reus. Steilpass kommt von Reus. Das ist noch gefährlich. Sané. Da geht er hin und kann den Schuss abmachen. Neves. Teilt er mit einer seiner fantastischen Paraden. Sie erst mal im Spiel. Und die wissen, was sie an ihm haben. Er verhindert den deutlichen Rückstand. Jamie Vardy. Da geht er hin und dann den Schuss abmachen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Reus geht raus. Und der Wolf hat uns richtig begeistert. Nicht nur wegen seines Doppelpackes. Wird's jetzt gefährlich. Wadi, klasse, Steipatz. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Ah, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erst mal weg. Sané. Da wollten die Fans einen der Peter. Super Pass von Kroos. Jamie Vardy. Leroy Sané. Werner. Noch ist die Chance da. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Pukki. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Vardy. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Weiter hoffen die Fans aus dem späten Ausgleich in dieser Partie. Das könnte gefährlich werden. Uwe Neves. Das muss es sein. Gefahr noch nicht vorbei. Richard Leeson. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ja, da ist Platz jetzt. Gut gemacht. Gutes Technik. Die Chance auf den Konter. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Lindele. Neves. Pukki. Was macht er draus? Sehr gut. Von Toni Kroos. Gut aufgepasst. Der Blick auf die Uhr. Super Pass. Ebernoch Vardy. Jetzt können sie es entscheiden. Tor. Das war's. Ich glaube, davon erholen sie sich nicht mehr. Leider ist er heute ein Unsicherheitsfaktor. Ein gebrauchter Tag. Das war's. pourrait inte auf känner. Wie machen Sie sich nicht mehr? Vielen Dank. Goal für die Visitorie, No. 10, Jamie Vardy. Ryan Fraser, klasse aufgepasst, er hat den Ball. Pookie, Ruben Nervis, Jamie Vardy, die Riesenchance. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ecke jetzt durch Fraser, die Abwehr holt sich den Ball. Clever gemacht, gute Aktion. Und da kommt er an den Ball. Klasse Pass, Pookie, da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Jetzt groß, da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Aktion jetzt, die Abwehr muss weiter, Lewandowski mit der Chance. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Na, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Schöner Einsatz. Matthäus, der versucht mit dem Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball, klasse geblockt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Die Fans zeigen, was sie von diesem Ergebnis halten, nämlich gar nichts. Ja, die wollten mehr. Und wenn es diesen Platzverweis nicht gegeben hätte, dann hätte er auch mehr rauskommen können. Und ja, logisch, dass dann die Fans mit dem Schini haben. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung. Hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein. Bis zum nächsten Mal.